Voll für meine Magie. Ne, reit für mich. Ja, bombt die einfach mal weiter zu. Schön. Wow, wir werden jetzt nur über 2 Stunden auf. Echt? Schön. Habe ich wieder ein paar Folgen. Hast du wieder für 1-2 Wochen Folgen. Ja. Ich wollte halt eigentlich Darkseiders aufnehmen, aber naja, okay. Hast du nicht gestern erst aufgenommen? Ja und, das Spiel ist geil. Irgendwie sehe ich... Achso, da war ein bisschen weg. Das sieht aber echt schön hier eigentlich aus, mit diesen ganzen Vogel und Steinchen überall. Ja, 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 ja. Wir gehen immer weiter in so eine Erdkluft. Hier war dann scheinbar der... ähm, der Mana-Crystal. Der Erde, ja. zu dem wir eigentlich nicht gekommen sind, oder? Ja, konnten wir auch nicht, weil wir dafür Luft hier brauchen. Stimmt. Das war interessant. Ja. Das ist so die neue Löwenzahnmusik. Wieso hast du hier eigentlich Licht gemacht? Weil ich die ganze Zeit noch Licht mache, irgendwie. Hier wäre aber eher ziemlich effektiv gewesen. Ja. Beim nächsten Mal. Also hier. Kannst du noch einmal zaubern? Jo. Wow. Wir haben so viel schon gekämpft, dass wir die Magie-P ausgegangen sind. Ja, wenn du die falschen Zauber einsetzt. Das kostet doch genauso viel. Ja, aber bringt weniger. Kann sein, dass du dann einen Zauber immer mehr machen musst pro Gegnergruppe. Ja. Bäm. 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 Ja, irgendwie habe ich mich da wieder mehr abgetrunken. Wahrscheinlich ist jetzt im nächsten Raum eine goldene Statur. Oh Gott. Das muss hier schon kommen. Bäm. Oder hier irgendwo in der Ecke versteckt. Fast. Guck mal, wo was rechts war. Bist du? Nee. Bist du links geht's auch weiter? Ich guck mal. Guck mal, hier oben? Nee, da sind wir hergekommen. Ja, der Durchgang. Der ist auch noch, der ist noch eine andere Höhle. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was hier drin ist. Oder ob es überhaupt weitergeht. Oh, ich verwandle mich wieder. Ich sage mir wieder nach. Hä? Wieso wurde ich weggehauen? Vielleicht von den Needles von dem Minion. Oder Minon. Minon. Bin viel zu sehr endoll. Wieder. Die zwei Minos schauen sich bei mir an. So, das hier geht's hier weiter. Also, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ich glaube, du hast recht. Na gut. Dann nach rechts. Die ist auch noch schon so unscheinbar die Höhle. Aber ich muss sagen, aber ich muss echt sagen, dieses Gebiet ist mir hundertmal lieber als dieses scheiß Wolfsgebiet. Ja, allein schon, weil die sich nicht heilen. Und keine, ja, unmenschlichen Überattacken. Die vergiften allerhöchstens noch ein bisschen. Also, die sind jetzt wirklich nicht stark. Kann man jetzt nicht sagen, dass die stark sind. Und die sind auch noch zwei Level höher als die Gegner eben. Ja. Und gehen auf jeden Fall in sehr gute Erfahrung. Wart mal, lass mal. Jo, aber für den nächsten. Na toll. Jetzt aber, wo du ihn tötest. Aber hier ist die Musik dafür nicht so friedlich. Ja, hier wirkt es eher bedrohlich. So. Eis gegen Drache natürlich. Wie man es ja aus dem Hochgrund kennt. Mal sehen. Oh. Naja, ne. Nicht unbedingt mehr als die anderen Sachen. Gehen wir wieder zurück zur Erde. Scheiße. Oder auch nicht. Halt, halt. Hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen. Hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen. Ähm. Die Items zum Klassenwechsel irgendwie finden müssen. Von welchen Gegner denn? Die sind auch so... Ich glaube auch so Samen. Muss man die kriegen. Hm. Ich sehe gerade... Du hast aber Unmengen an HP verloren. Wo? Ich weiß es nicht. Ich würde dir ja gerne meine MP geben. Ich brauche sie nicht. So. Das geht hier aber sehr tief runter. Ja. Ja. Ist auch eine Schlucht. Ist auch ein Canyon. So langsam landet man wahrscheinlich beim Erdmütelpunkt. Ich glaube dafür braucht es noch eine Weile. Wird es erstmal ein bisschen heißer. Die Jungen habe ich das mal verdammt lange gecastet. Irgendwer ist kurz am verrecken. Chris ist am verrecken. Ich kann nichts machen. Warum auch immer ich nicht ins Renü fonte. Ich weiß es nicht. Nein Chris. Du rufst dich nicht aus. Rums. Die Waldfee. Wow. Hast du gesehen? Das war geil. Einfach mal weiterzumachen hier. Also ich glaube, dass mit Level 32 oder 36 für den nächsten Klassenwechsel dürfte nicht allzu schwer sein. Denke ich auch. Also ich muss bedenken, wir sind erst beim ersten. Äh beim zweiten. Ich bin gleich tot. Schleime ziehen doch gut ab anscheinend. 104 hat er mir abgezogen. Ja. Danke, dass du den Zauberspruch gemacht hast, Sui. Links oder rechts? Links und rechts. Kurz, aber wir gucken mal kurz in die Höhle rein. Ja. Und da geht es weiter. So und links. Ah. Wunderbar. Ja, speichern. Natürlich speichern. Hey, komm. So. Gemstone Valley sind wir. Okay. 67 MP mittlerweile. Ja, wir sind auch schon gut gestiegen. Ich glaube, du hast gerade einen Power Down bekommen. Ich habe keine Ahnung. Es nervt mich auf jeden Fall. Egal, was sie mir machen. Wahrscheinlich irgendwie so eine Defense Down oder so einen Scheiß. Kann auch sein, ja. Töte sie einfach. Töte den Schwarzen. Töte den Schwarzen. So. 322 EP. Jo, die geben einiges, die Drachen. Ach. Lass mich durch. Nein, was machst du? Ich bin Arzt. Ich habe diese Teamkombination nicht. Wir sollten hier schon kämpfen. Jan. Wir brauchen die EP. Also ich würde die Gegner jetzt nicht auslassen hier. Weil besonders die sind echt machbar. Und ich weiß nicht, was in den nächsten Gegnerbereichen, also in den nächsten Godbeasterbereichen kommt. Da können dann wieder so geile Wölfe mit irgendwas kommen, was uns einfach mal instant tötet. Alle drei. Wenn wir nicht mindestens 10.000 Leben haben. Och, jetzt kommt der dumme Minus da noch an. Ja, ist doch wurscht. Ja, das soll ich schaden. Ja, dann mache ich halt nicht den Schaden bei dem. Weil jedes Mal, wenn ich Dinge ziehe, Erde auf den Einsatz her, kriege ich eine Art Konter ab. Und das schlittert natürlich, wenn ich das einsetze. Aber dieses macht auch ganz ordentlich Schaden. Mhm. Was? Okay. Muss man nicht verstehen, ne? Nein. Gut. Ja, wir denken, dass es jetzt erst eine goldene Statue worden und vielleicht auch wieder wie bei anderen zwei sein werden. Machen wir bei anderen zwei? Ja. Ach stimmt, ja, genau. Du bist von Boswynau, ne? Hast du recht. Wir sind jetzt etwas mehr als halb durch durch dieses Lied. Aber das ist, finde ich gar nicht mal schlecht, weil ja, es bringt uns gut. Hat er mir jetzt gerade 200 Leben abgezogen? Ja, hat er. Wow. Ein Schleim. Oh. Da ist die nächste? Hell? Lass mal links gucken. Okay. Gimstone Valley Dorian. Ist hier links noch was? Eine Höhle. Ah. Aha! Land Amber. Dann schauen wir nach. Ich benutze hier Wind. Mal gucken. Wo bist du? Das sieht mir nicht aus wie ein Biest. Das sieht irgendwie aus wie so ein Regi-Rock. Kann ich jetzt noch angreifen? Wieso nicht? Alter, was soll das? Du machst schon Schaden, aber ich kann... Ah, jetzt kann ich so. Rums. Wieso machst du Erde? Gut, dass du ihn heilst. Danke. Ja, kein Problem. Der freut sich auch. Ja, weil ich die ganze Zeit immer versucht habe, ihn anzummelden, dann hat er irgendwann das andere wieder angewählt. Der darf ja mit Wind mit Sicherheit seine Schwäche sein. Ja. Oder 280. War zu. Oh, hui. Greif mich immer an, wenn ich anwählen möchte. Thunder Saber für dich. Crash Ball. Was ist das? Das gefällt mir nicht. Was tust du da? Lass mich los. Du Sau. Oh, was ist das? Geil. Geil. Super. Minimals weh. Finde ich super. Heil mich. Ich glaube, ich habe mich gerade abgezogen. Alter, ich mache... Alter! Da sieht man, was die Schwäche ausmachen kann. Jetzt möchte ich noch der Watermoon Slice vielleicht abziehen. Alter! Krasse Sache! Schön, dass ich nicht ins Menü darf. Was hat der jetzt gemacht? What? Ich habe dir verdammt viel abgezogen. Okay. Aber ich denke nicht, dass der lange überlebt. Bei dem Angriff, die du da praktisch hast? Nein. Alle 200... 200 mit einem Schlag und nochmal 3 mit einer Spezialattacke. Ja. Das haut rein. Ironcloids und dann geht er immer dicht zu handen. Macht 2x90 Schaden. Stonecloud. Auf mich. Na, das hat wehgetan. Meins auch. Watermoon Slice. Das war meins. Darf ich jetzt langsam mal... Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht, Jan. Wie es mir schon das ganze Let's Play übergeht. 448. Das war, glaube ich, ein Crit bei mir. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich komme da oben nicht hin. Die Sau. So ein Cheater. Na ja, gut. Dann machst halt du den Rest. Versteckt sich. Weil er denkt, er würde verlieren. Crashball. Ey, wirf mich wieder durch den Raum herum. Sieht so geil aus. So, hier. Meine Rache. Crash Disc. Genau. Nennt sich das. So, ich schmeiße hier wieder eine Schokolade rein, weil ja nur ich Schaden genommen habe. So. Protect. What the fuck? Hast du da gerade getan? Ich habe keine Ahnung. Besiegt haben wir ihn. Und ich will jetzt einen Minotaurus. Alter, wieso habe ich dem jetzt so viel Schaden gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das war deine Minotaurus-Form. Glaube ich auch. Six more. Let's hurry. Wow. Level ab. Das bin ich, oder? Ja. Waschka. Vagility. So, dann kommen wir jetzt auch in Level ab. Yo. Kann man Intelligenz wieder nicht erhöhen. Komm, mach mal ein bisschen Lack drauf. Dann darfst du jetzt die ganzen Kisten aufmachen. Und, wie ist das? Spirit? Geht nicht. Dann, Vitality? Ja. Dann machst du jetzt Lack mit, damit du dir dann die ganzen Kisten aufmachen kannst. Weil ich glaube, dadurch gibt es bessere Items und, äh... Bessere einen anderen Scheiß. Hm. Wir können mal schauen. Wir haben jetzt bestimmt genug Geld um neue Waffen. Wir haben doch schon alle. Nee, ihr habt die Waffen noch nicht. Ah. Ich weiß, ich weiß nämlich nicht, ob das auf Zauber auch sich auswirkt. Verstehst du? Lass mich mal eben das machen, dann. Das kann ich auch. Wow. Ganz knapp. Ja. Ist ja geplant. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal einen Schnitt. Dann nach dem Ausrüsten. Oder erstmal einen Speicherpunkt suchen. Wir haben es. Safe, safe. Jan. Na gut. Also ich mach jetzt erstmal kurz einen Schnitt. Wir schauen dann mal, ob wir dann noch aufnehmen. Oder, ähm, nicht. Das wird sich jetzt dann gleich herausstellen. Okay, Leute. Das war's erstmal mit Let's Play Secret of Mila 2 oder Second End Set zu 3. Ich bin Dragonios mit meinem Partner. Zuerst du 666. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.